Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was? Hallo? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was? Habe ich gerade auch mein Leben richtig gesehen? Oh, ich habe gerade schon kein Leben mehr. Lass ich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, das ist also eine Abkürzung. Was sind das denn für Gegner? Ja, holy shit, man. Die wrecken einfach meinen Max-Life weg. Ja, läuft bei denen, ne? Okay, das hält aber nicht dauerhaft an. Okay, deswegen ist es eine Sache. Das ist wenigstens schon mal gut zu wissen. Boah, alter! Irgendwann reicht es doch, oder? Findest du nicht. Au. What the... Die one-shotten mich also, hä? Gut. Wir, wir, nee, 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 nee. Wir, wir reisen erst mal wieder nach Hause. Das ist mir... Das eine Gebiet ist zu schwer, das andere Gebiet ist zu schwer. Holy shit. Das ist unangenehm. Holy fuck. Ich gebe dir die Schattenasche. Feine Asche. Das ist die vollgeschüssene Asche. Ähm, that's some fine ash, ja. Das ist mir jetzt fein, zwölkt auch auf Nutzer. Äh... Keine neue Schlüssel, okay. Ich hatte gerade noch verinseln, neue Schlüssel für irgendeine Abkürzung. Und ganz viele andere Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Unser Bro ist auch noch nicht da. Können wir unsere Waff-Upgraden. Das wäre eine interessante Sache. Äh, hä? Ich kann nicht brauchen. Zwei brauchen wir, wir haben bisher noch einen. Schade. Aber könnten wir die schon fast plus sieben machen. Mh, mh, mh. Okay. Die One-Shot-Gegner. Auf der einen Seite gefallen bin ich. Und die schweren Gegner auf der anderen Seite gefallen bin ich auch nicht. Wo konnten wir denn noch weiter? Wo konnten wir denn noch weiter? Warte, habe ich nicht noch eine Estos-Shirt gefunden? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich guck mal nach. Ah, wo können wir denn noch lang gehen? Hm. Nee, schade. Das ist aber bei Durchwirken. Immer noch nichts Neues, Cooles. Ah. Das ist jetzt komisch. Reisen. Okay, da könnten wir weiter. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Fahr- und Feste. Wir hatten ja dieses Geleit-Dingens. Hm. Also diese Puppe haben wir ja schon, ist ja schon länger her, als dass wir die bekommen haben. Ist schon viel länger her. Ich kann ja mal gucken, ob ich das Einzelgrad finde. Das ist das Ding. Ja, Puppe. Ach nee, das ist ja das. Ach, das war für Irre-Phil. Ja, klar. Ich bin blöd, ich bin blöd. Das haben wir ja schon sozusagen benutzt. Aber das fällt mir gerade ein. Wir könnten den Boss nochmal versuchen. Ich werde den erst einmal versuchen, alleine. Werd dann einschätzen, ob ich den alleine schaffen kann oder nicht. Und wenn nicht, dann werden wir schön und so gut benutzen und versuchen, jemanden zu finden, der uns helfen kann. Weil alle Gebiete, die wir gerade können, sind mir gerade ein bisschen zu hoch. Um ehrlich zu sein. Ein bisschen. Na, minimal. Minimal. So. Really. Er musste mich wö- Alter. So ein Hurensohn. Wo geht der? Ja, ja. Hallo? Hast du auch mal Stamina weg? Ich glaub mich nicht. Wow. Wird zaubern. Still wieder ausrüsten und rein hier. Dann probieren wir sie jetzt mal. Au. Au. What? Was sind das für Angriffe von hier? Au. So. Sie schwingt ihre Waffe echt komisch. Ich komm mal auf die Angriffe. Das muss da echt nicht klar. Aber sie hat auf jeden Fall ein nice ass. Au. Und den Boss werden wir nicht alleine schaffen. Weil sie fucking One-Shot-Attacken hat. Mal wieder. Cool. Freut mich für sie. Freut mich für sie. Feel's gut, man. Gut. Gut. Und jetzt hoffen wir, dass da oben Leute sind so Leute sich bereit, dazu erklären, uns zu helfen. Das wär echt cool. Rufen wir schon mal in hier. Kann nicht beschworen werden. Ja, komm ey. Wo ist er? Alter. Ja, ja. Hallo? Ich bin eigentlich seitlich um mich herum gewollt, ja? Eigentlich. Aber ich bin gesagt, ich hab halt nein. Seitlich, genau. Danke. So, mal, weil mal klappt's. Weißt du? So. Ein paar Leute rufen. Äh. Den hier kann nicht beschworen werden. Ach ja. Vorsicht, vorbeidhändig. Nichts vorausleben. Das ist etwa Mobgegner. Hallo. Winke, winke. Ho. Und dann gehen wir mal rein. Hoffen, dass wir uns gut hilft. Okay, sie wollte gerade greifen. So, mal trinken. Am ende, glaube ich. Machen Au Au Au. Gold, 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 Gold. Okay. Einmal trinken Ich wünsche nicht Magie oder so Für die zweite Form Au Und er ist tot Super Au Au Trinken Ich bin nur gerollt Und da habe ich sie Und da habe ich sie Der Typ hat nicht gerade viel gemacht Leuchtefeuer Seele der Tänzerin Kommt die Leiter jetzt runter Ah Gute Sina Oh nein Und jetzt kommt die Leiter runter Da ist er Da ist er leider Tipptopp Bisschen Fortschritt Jupptifucking Aber wir werden erstmal reisen Und gucken Was wir denn Für eine neue Seele da haben Nur ganz kurz gucken Nur minimal gucken Ich muss noch kurz was anders gucken Hier Gut Wir gucken das noch schnell nach Und dann hören wir auch schon auf Mit dem Part Leute So Schnell Sonst kommt mich nachher noch ein Zusatzvideo Oh Gott Nee Oder nee Eigentlich habe ich noch Bock mehr Weiter zu zocken Also jetzt nachdem das zweimal nicht geklappt Habe ich doch keinen Bock mehr weiter zu zocken Scherz So Alle guten Läger sind drei Danke Was kann man außer Tänzerin Seele machen Lindernes Sonnenlicht Stellt viele TP wieder her Wirke und weitere Umgebung Und sonst Kann man nichts aus ihr machen Oder was Ah doch hier Seele der Tänzerin Doppelmagieschwert Des Tänzers Holy Fucking Shit This thing Das sind Das ist eine krasse Waffe Das ist eine sehr krasse Waffe Guckt euch mal Alter D Descaling Das ist eine krasse Waffe Das ist eine krasse Waffe